Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Company of Heroes 2 im Multiplayer-Modus. Ja, ich muss eingestehen, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, welche Folge es jetzt genau war, weil es ist ein neuer Patch rausgekommen. Ich habe eben sogar noch geguckt, welche Folge wir hatten, aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen weggeflasht vom neuen Patch. Der hat mir nämlich sämtliche Skins wieder rausgehauen von den Fahrzeugen, sodass ich erstmal alles neu einstellen durfte. Was ich glücklicherweise noch mitbekommen habe, da ich nochmal ein bisschen was umgestellt habe. Und zwar, dass unsere Rekrut-Fan jetzt mit einem vergrößerten Molotow-Radius rumlaufen. Ja, mal gucken, wie sich das auswirkt, ob sich das überhaupt wirklich lohnt. Also werden wir dann hoffentlich im Kampf sehen. So hoffe ich, so hoffe ich. Und ja, dementsprechend werden wir jetzt erstmal gucken, dass wir ein bisschen was an Fußtruppen aufs Feld bekommen. Da die Deutschen sehr wahrscheinlich da mit MGs kommen werden. Die haben nämlich da alles ihre Aufklärungsberichte drauf ausgelegt. Hm. Muss man natürlich gucken, ob uns das jetzt ein Problem werden kann oder nicht. Das werden wir dann aber, wie gesagt, im Laufe des Spiels alles erst erfahren. Dann gucken wir einfach mal. Ja, ja, ja. Jetzt leckt es erstmal. Sehr schön. Super. Bin begeistert. Holen wir uns auf jeden Fall schon mal den Molotow. Wir können uns jetzt nochmal die Lage genauer angucken. Das sind wirklich nur die beiden. Äh, die beiden, ja. Also, der Trupp. Gucken wir mal, dass wir das hier vernünftig unter Kontrolle bekommen. So, hopp, hopp, hopp. Das Lauf. Ach, da kommen sie schon. Als wenn wir es gerochen hätten. Und dann... Komm, 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 komm. So, war. Die müssen wir einfach vertreiben hier. Dann dürfen die gar nicht zum Stehen kommen. Und wenn sie stehen, dann stören sie. Genau, deswegen. Und wenn wir sie einfach gar nicht zum Stehen lassen kommen. Oh, weh. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Wir hoffen mal ab. Versuchen sie jetzt einfach mal so lange wie möglich zu ärgern. Komm, werf, 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 werf. Bitte. Ja. Und er kommt nicht weg. Das war jetzt natürlich nicht ganz so schön. Er hätte jetzt nicht drauf gehen dürfen. Dann wäre das alles nämlich auch ganz gut gewesen. Aber so... Und so war das jetzt ein Tausch, der nicht unbedingt hätte nötig sein müssen. Zumal jetzt nämlich genau das Problem da ist. Mit dem Molotov. Scheiße. Kommen wir nämlich nicht mehr ran. Kacka. Ja, wir waren ja auch ganz alleine vorne. Das ist natürlich auch super. Das muss schon gestern fertig werden. Er hat sich dann nämlich ganz gemütlich hinten erstmal drum gekümmert. Während wir vorne schon am Kämpfen waren. Das ist nicht so gut. Man kommt jetzt mit der MG nach. Aber das sind schon so viele hier vorne. Das tut schon richtig weh. Au, weh, au, weh. Da müssen wir was gegen tun. Zack, zack, zack. Schnell nachrüsten die Jungs. Die anderen sind auch da. Ja, das lief jetzt gerade nicht so prall. Dann werde ich die auf jeden Fall erstmal in die Mitte schicken. Bis die da erstmal nochmal einmal einnehmen. Hier sind keine Feiglinge. So, jetzt macht man ein bisschen hinne. Wir haben doch keine Zeit. Ja, wenigstens hat er das einigermaßen abbrechen können. Das ist immerhin etwas. Ja, wir brauchen jetzt irgendwie Mörser. Mörser. Nicht irgendwie, wir brauchen Mörser. Von denen holen wir uns jetzt. So, ihr seid hier. Ihr seid da. Ist da irgendwas, wie wir euch unterstützen können. Da könnten wir euch unterstützen. Da kommt nicht, nie, 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 niemals rechtzeitig. Vielleicht direkt. Er baut's ab. Ne, er hat's nicht abgebaut. Jetzt sind wir mal positioniert. Komm schon, 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 komm schon. Ah, das ist jetzt nicht wahr. Wir sind ja echt nicht zum Werfen gekommen. Ah, grummel, grummel, grummel. So, na gut. Dann muss der Mörser das reißen. Die sind wenigstens da angekommen. Das ist doch schon mal etwas. Die kommen da auch an. Das ist auch gut. Und da sind Gegner. Da sind Gegner. Ja, wen nehmen wir denn da? Hm. Wir lassen das erstmal, glaube ich. Rückzug, Männer. Rekroptieren. Was sieht der denn? Wir wollen einfach mal den nicht. Ja, scheint den nicht wahrzunehmen. So, was ist jetzt mit dem Mörser? Ist da irgendwas... ...zu tun könnten? Ja, scheint uns nichts zu registrieren. Nein, da sollten wir jetzt nicht unbedingt rein. Schieß sie einfach weg. Komm. Schieß sie weg. Schieß sie weg. Na, 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 na. Kriegen sie ihn noch? Nein, kriegen wir nicht. Schade. Oh, 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 oh. Ihr seid noch gar nicht so weit. Ihr seid zurück. So, dann kriegen wir ihn jetzt mal Mörserfeier. Äh, schießen die... Wieso schießen die denn den Ding? Das ist Rauchgranaten. Ihr bescheuert? Wieso haben die Rauchgranaten geschossen? Totale Verwirrung jetzt. Das muss schon gestern fertig werden. Äh, nee, das wird niemals was mit Panzers, so wie ich das gerade hier sehe. Immer gar kein Treibstoff. Nicht ein bisschen. Und da kommt schon irgendwas. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, weh. Die sollten sich mal bewegen. Der will den nämlich aufs Kauen nehmen. Das ist jetzt richtig bitter. Wir haben mich gerade nicht mal genug, um irgendwas aufzurüsten. Das könnte jetzt aber doch nochmal interessant werden. Warum? Ich bin jetzt wirklich dran. Vermutigen. Ich denke mal, da will er hin. Kommst du mal nach vorne? Wollen wir mal noch ein Stückchen nach vorne? Ihr steht nur so offen. Das ist nicht so schön. Nein, 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 da. So, macht sie weg. Macht sie weg. Was sind denn die anderen? Der eine ist da, der andere ist da unten. Okay, die sollten weg. Ja, jetzt haben wir das Treibstoffproblem, das ich eben schon angesprochen hatte. Das ist gar nicht gut. Das sieht ja alles so weit gar nicht so schlecht aus. Das hält sich in Grenzen, würde ich sagen. Wir haben die Mitte Mitte zumindest komplett für uns. Ja, komm. Macht mal hin. Und jetzt dürften wir eventuell das hier wirklich haben. Ein bisschen Glück. Sieht doch eigentlich alles gar nicht so schlecht jetzt aus. Also das haben wir auf jeden Fall für uns eingenommen. Ich glaube nicht, dass sie noch rechtzeitig hinkommen. Ich schätze mal. Ja. Das ist nicht so schön. Vielleicht nochmal hier hinholen. So. Jetzt geben wir den nämlich mal ordentlich Schwerfeuer. Dürfen wir mich da hinten rumgammeln. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Hören wir das jetzt einfach mal so. Gehen wir ihn mal. Ach, da sind sie hin. Scheat. Müssen wir das mit direkt im Feuer machen. Ihr seid noch am Laufen. Ihr seid fertig. Ja, wir brauchen Treibstoff, 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 Treibstoff. Ich dachte, ein bisschen was noch. Nur noch ein bisschen was. Beide hier echt auf Fußtruppen setzen. Das ist ja echt faszinierende Sache. Ja, der Feind hat sich ab und reingeschossen. So, gucken wir mal. Wird die jetzt da eventuell mal so richtig ärgern kann. Ja, ich glaube nicht. Vielleicht auch. Äh, ähnlich. Die sind festgenagelt. Die Schweine. So, dann holen wir uns mal Medics. So, Bewegung, 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 Bewegung. Hopp, hopp, hopp. Wir zeigen, wir zeigen, wie sehr wir jetzt das machen. Ja, das ist jetzt echt eine gute Frage. Was machen wir denn da? Oh, da haben wir uns das Sturmpaket. Das ist echt eine gute Frage. Ich denke mal, wir nehmen den Flammenpanzer. Der wäre vielleicht echt wirklich nicht schlecht. Wir eroberten. Wir haben beim Abgeordnete. So, jetzt haben sie sich auf jeden Fall in die Mitte aufgemacht. Das ist natürlich jetzt nicht so was Schön für uns. Aber auch das können wir irgendwie bestimmt geregelt bekommen. So, dann schnappen wir uns mal hier die MG. Verpissen uns dann mit denen. So. So, ich stelle dich mal da hin. So, dann wollen wir mal sehen. Geben wir ihm nochmal hier einen Präzisionsschlag. Und noch ein bisschen das hier. Damit er hier ordentlich was zu tun bekommt. Warm. Xa. Du kriegst jetzt richtig. Eieieiei. Eieieiei. Was ist das irgendwann passiert? Das war klar. Das war klar. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Wir werden angegriffen. Wenn wir uns doch jetzt ein bisschen schneller auf den Panzer kümmern müssen. Fuck. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Was muss getan werden? Das war jetzt wirklich gar nicht gesund für uns. Ich kann jetzt nur hoffen, dass wir den... Nein, wir haben den anderen auch nicht aufgesprochen. Sheet. Das ist jetzt gar nicht gesund. Eieieieiei. So, wenn wir sich hier wenigstens noch mal ein bisschen zu supporten. Erleuchtet sie! Zack. Wir haben Verluste! Rückzug! Sofort! Ihr werdet nachgerüstet. So, ab nach vorne mit dir. Ab nach vorne mit dir. Nein. Die sind jetzt hier. Au, 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 au. Da kommt noch was. Au, weh, au, weh. Die müssen weg. Wenn wir den jetzt nicht reindrücken könnten, wäre das schon gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir werden den abgeschlägt. Äh, was guckt ihr denn? Ja, dann fuhrt es doch auch einfach mal. Äh, ja. Toll. Ah, scheiße. Jetzt haben sie sich das auch noch gekreilt. Au, weh, au, weh. Das war jetzt böse. Es gab jetzt ein bisschen was auf die Nase für uns. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall noch mal nachrüsten. Was sind denn da? Wir sind noch hinten. Was willst du von mir? Ich bin gerade am Nachrüsten, eine Spacken. LOL. Funny. Funny. Du bist so witzig. Glaubt man dran. Ich hab hier jetzt mehr gemacht als du. Da kannst du dir sicher sein, mein Freund. Da kannst du dir sicher sein. Das sagt der Richtige. Das sagt der Richtige, mein Freund. Das sagt der Richtige. Wir greifen bei Sichtkontakt an. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall zwei Panzer. Dann brauchen wir jetzt einfach mal, dass wir die Übermacht irgendwie hinbekommen. Wäre auf jeden Fall mal zu wünschen. Okay. Interessant, dass da jetzt nichts mehr ist. Warum auch immer. Ja, ja. So, dann holen wir jetzt mal die Panzer nach vorne. Wir sind nämlich jetzt beide fit. So muss das sein. So, wir holen uns jetzt mal eben schnell die Panzerkanone zurück. So, mal hier gerade. Halt, halt, halt. Wo willst du hin? Das ist auch nichts Interessantes. Dann bleibt mal eben hier. So, ihr könnt weg. So, jetzt zieht mal durch. Dann schaut euch mal da drüben um. Da sind welche. Alles klar. Ich möchte mal hier einen Präzisionsschlag. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Ach, schaut mal an. Die haben hier die Dings weggenommen. Die Schützengräben. Interessant. Oh. Mal ein bisschen von der Flanke angreifen. Das ist doch eine schöne Sache. Das ist doch eine richtig schöne Sache. Das war jetzt nicht ganz so schön für dich. So, ab zum Reparieren. Du kommst nach vorne. Ich hoffe, du bist schon vorne. Du kannst stoppen. So, Jungs. Kommt jetzt mal da hin. Ja, Mann. Alter, stress mich nicht. Gerade was ganz anderes gemacht. So. Die könnte euch mal irgendwie krallen. Der will es wissen. Oder? Nein, will er nicht. Den geht's noch gut. So. Was ist denn das? Wow. Was geht dann da ab? Das ist nicht so schön, was der da gerade tut. Der ist halt auch noch da. Den geht's auch gut. Den geht's nicht gut. Kommt mal ganz schnell ab. Wo sind die denn? Die sind auch noch hinten. Wir brauchen die mal hier ganz schnell. Wir brauchen sie hier. Wir brauchen sie hier. Ja, Genosse. Worauf wartet ihr noch? Feind zu rechten. Die greifen über die Fläche an. Wir sind bereit. Alles gut. Uh. Da haben wir das ja noch gerissen gekriegt. So. Super. Super, super, super. Alles klar. Dann können wir euch mal wieder in die Richtung ausrichten. Ihr seid hinten. Die steht da noch. Alles klar. Rüstet die mal eben nach. Ihr rüstet die mal eben nach. So, weg. Weg. Was ist da? Rüst trocken. Noch mal, rüst trocken. Komm mal weg da. Komm mal weg da. So. Jetzt können wir uns nochmal neu daran machen. So. Ah, jetzt kriegen wir eine Rakete. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Weil wir die eigentlich ganz über die Kontrolle haben. So, Jungs. Du hast ein Panzer. Oder? Bin mir nicht sicher. Okay. Da ist nichts. Da. Kannst du mal ganz schnell weg machen. Kommst du jetzt mal ganz schnell rüber hier. Kannst du dich mal umdrehen. Das war zügig. Oh, oh, oh. Da ist er nicht. Nicht mehr. Na, jetzt leckt das schon wieder. Dann, dann, dann. Und weiter geht's. Ah, ziemlich viele ATs, die hier aufgefallen sind. Eindeutig. Wann ja noch gar nicht nachgerüstet. Upsalalala. So, dann fangen wir jetzt nochmal hier hinten hin. Um nochmal ein bisschen Terror zu machen. Ach, schaut mal an. Ich denke, wir werden jetzt mal ein bisschen schwerfroh. Ach, schade. Die haben sich schon verpieselt. So, wie sieht's denn hier hinten aus? Das haben sie nur... ...gedecapt. Doch nicht. Ah. Ah, was haben wir denn da? Oh, es tut mir aber leid. Wir eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So. Jetzt können wir uns ein IS-2 holen. Das ist eine super Sache. So, da kommt er. Die sind noch am Einnehmen. Die sind am Laufen. Würde ich sagen, dann zu porten. Wir sind mal hier drüben. Ich scheine nämlich hier Hilfe zu brauchen. Oh. Oh, 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 oh. Gerade wo wir wegfahren wollten. Sofort los. Wow, 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 wow. Du Wexler. Komm schon, komm schon, komm schon, verdammt. Der hat das nicht mehr geschafft. So, jetzt brauchen wir hier oben die ATs. Das wird zügig. Wow, wow, wow. Leute, wir greifen auf den Panzer rauf. Stopp. Ja, was macht ihr denn da? Ihr sollt schießen. Und nicht nur so irgendwie rumbildeln. Jetzt gehen wir hier nochmal ein bisschen Sperrfeuer. Komm, 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 komm. Schafft er es noch, schafft er es noch. Ah, fuck. Aber das ist jetzt alles gar nicht so wild. Wow. Das waren jetzt Verluste. Da haben sie uns auf der Fall ganz gut gegeben. Kann man nicht anders sagen. So, schauen wir mal, dass wir hier mit dem hier mal ein bisschen Support gehen. Wir wollen uns da mal ein paar Truppen. Ist doch gar nichts. Da. Ja, zack, zack. Die Gelegenheit zum Winkeln. Wir sind auf Patrouille. Wir haben eine neue Einheit. Wir werden das Territory auf der Städte zielen. Wird sich mit dem IS-2 anlegen? Interessant. Sehr interessant. Was muss getan werden? Naja, denke ich nämlich mal auch. Die IS-2 auf dem Weg zum Ziel. So. Was können wir tun? Panzerabwehr unterwegs. Die schießen auf uns. Das haben wir auf jeden Fall. Was schießt denn da? Mörser? Mörser. Mhm. Okay. Wir werden jetzt hier weiter vorwärten. Weiter Druck machen. Nein, da wirst du nicht hin. Da werdet ihr nur hin. So. Jetzt müsstest du das doch mal hier irgendwo hinhauen. Die da unten kommen nicht so gut zu rechts. Ich versuche jetzt mal wirklich... ...hier ein bisschen Druck aufzubauen weiter. Nein. So, jetzt haben wir das doch hier relativ gut. So, wir wollen mal. Das IS-2 mal ein bisschen Ferrer macht. So. Ja, kam schon. So, die müssen weg. Die Pan-Pan noch. So. Das wäre schon mal das. Du dummer Paner. Schnell. Du dummer Paner, ey. Wo seid ihr? Ihr seid da. Ihr habt da Feinde gefunden. Oh, jetzt ist gerade hier totales Chaos ausgebrochen. Die müssen weg. Die müssen auch weg. Was macht er denn da? Was macht er denn da? Die müssen auch mal weg. Die sind weg. Was ist die? Die sind hier. So. Ingenieure? Wo sind die Ingenieure? Sind schon wieder platt. Die sind weg. Die sind weg. So, jetzt gib ihn nach. Okay, der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Nein. Bewegung. Wir müssen abrücken. Fahrer. Stoßgruppen erleiden Verluste. Wir zwei. Okay. Das hat jetzt dann doch wehgetan. Okay. Das ist deine Chance. Super. Das war jetzt richtig gut. Das war so richtig gut. Jetzt muss ich mal alles nachrüsten hier. Ich guck mal wieder nach vorne schicken. Das tue jetzt auch nochmal auf. Jetzt soll ich meine abschießen hier. Die sind nachgerüstet. Die sind nachgerüstet. Die sind nachgerüstet. Die sind nachgerüstet. Die müssen nachgerüstet werden. Die werden nachgerüstet. So. Erstmal Übersicht verschaffen hier. Der muss repariert werden. Der bleibt hier. Damit wir hier auch eine Sicht haben. Und er muss auf jeden Fall mal da hinten fennen. Das geht ja gar nicht, dass hier ein IS-2 bei uns terrorisieren geht. Äh, ein Tiger, nicht IS-2. So, die Fußtruppen. Kann alle erstmal hier hin. Ach, ich folge der Papier die ganze Zeit. Rekruten gebaut. Keine Ingenieure. Und ich wundere mich hier die ganze Zeit. Und ich wundere mich. So, jetzt haben wir aber massivst viele Fußtruppen. Das ist schon nicht wenig. Schauen wir mal. Was wird hier jetzt hier? Ne? Was ist das? C ist das. C. 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 Pum, pum, pum. So. Shit. Aber das ist uns jetzt egal. Oder werden wir ihn jetzt hier ab, die Sperrfeuer geben. Faller ihn weg. So. Na, 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 na. Ja, das sieht doch gut aus. So, rein da. Ui. Nein, wir müssen hinten bleiben. Hier müssen auch noch gedüstet werden. So, und hier geht jetzt mal den IS reparieren. Er braucht das nämlich dringend. So, rein da. Hurra, hurra! Ach, Hilarie, Brandsperrfeuer, bereits zum Abfeuern. Wir werden uns aus diesem Territorium rausgraben müssen. Knackt den Panzer mit Anagran. Genossen, wir können hier den Plan. Wir können hier den Plan. Luftangriff. Hallo. Sie haben befehlende Panzerreinheit hat uns gesichtet. Wir müssen los. So, fahr. Interessant. So, jetzt kommen wir da wieder hin. Bewegt euch, verdammt! So, wie sieht das denn jetzt aus hier? Ihr habt euch sofort ganz gut verteilt hier. Gut. Wie wird er denn drauf bekommen? Interessant. Sache mal, was halten wir dann aus? Komm mal her, hier. Wir brauchen hier noch ein paar mehr. Sache mal. Sache mal, Sache mal, Sache mal. Der Herr möchte es aber wirklich wissen. Berät ihr das denn überhaupt? Scheint. Irgendwie. Wow. Hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Super. Alles unterdrückt. Ha. Krasse Scheiße. Stopp. Stopp. Stopp, 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 stopp. Ach, 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 ach. Das ist halt so am Arsch. Ist überhaupt irgendwas noch an der Base? Die. Ja, die müssen jetzt so nach vorne, wie sie sind. Was wollen Sie? Scheiß Flugzeug. Scheiß Flugzeug. So, mal ein kleines bisschen verteilen. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Oha. Kommen sie wieder. Kuh, kuh, kuh. So, IS-2 ist wieder fett. Wir haben sogar noch einen zweiten jetzt. Äh, wird ganz fit noch nicht, aber das ist egal. So, wir halten mal ab. Ihr müsst nachgerüstet werden. Wow. Mahlzeit! Ja. Ein bisschen doof gelaufen, würde ich sagen. Ja, Krieger. Da kommst du nicht mal weg. Der ist weg. Gehen kannst du Knigo an. So, weg mit dir. So, und jetzt gehen wir mal hier drüben ein bisschen strömen. Mann. So. Was kommt denn da? Uh, Witzer. Wir müssen abrücken. Ich hasse dieser Scheiße. Wir haben Verlust. Dummer Wichser, ey. Wir haben den Rückzugsbefehl. So, jetzt aber züge ich hier. So, und ihr macht jetzt da mal Terror. So, macht mal weg. Mucht mal weg, die Zeug. So. Was dazu. Feuerlaufstil. Dann. Kling? Sind da gerade abgeprallt. Oh. Interessant. Schiss ganz schön hart. Schiss. Arschloch. Wow, was geht denn hier? So. Geht mal irgendwie irgendwo entdeckend. Das war echt super. Nein, kann doch erstmal so bleiben. Und ihr auch. Und ihr auch. Geht mal. Was wollen sie? Seid zu ihr Genossen sterben, ihr Genossen. Kann mich nicht um alles kümmern. Das ist jetzt gerade echt. Uh. Der muss weg. So Wo sind sie denn jetzt? Ei, 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 ei Ach, was denn? Macht ihn kaputt Kaputt Das tut weh Das tut ja richtig weh Versuch ich denn jetzt einfach mal von hinten her irgendwie anzugehen Geht ihr mal hier zurück Genau So rein da Gehen holen wir uns jetzt Wow Kapscher, kapscher, kapscher We have a system, we have a system Fuck, 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 fuck So, die muss ich ganz schnell wieder fit machen Können wir da noch irgendwas setzen, anscheinend Das wäre ja super, wenn wir da noch irgendwas reißen können Das wäre ja richtig super Na, gleich Was muss getan werden? Pioniere einsatzbereit Ist da ne andere jetzt? Wenn das Fahrer hier anhalten Soll den Fahrer abrücken Macht der da small Können wir so ein bisschen aufräumen Na, gucken wir mal Da ist nichts mehr Okay, da ist nichts mehr So, dann Gebt mal Gas hier Jungs Brauchen wir euch hier vorne Zügig, zügig, zügig Wird da überhaupt repariert? Ganz repariert So Da kommt doch schon wieder was Da kommt doch schon wieder was Ach, du Saftsack Du dummer Saftsack Ist jetzt nicht so schön hier Der ist weg Okay Das ist jetzt aber noch nicht ganz so schlimm So, die müssen weg Die noch irgendwas? Die haben noch was? Komm schon Komm schon, komm schon, komm schon Ja, ich brauche ihn jetzt Geht nicht anders Ja, alter, dieser Flak-Panzer Er macht so einen bösen Schaden Komm, komm, komm Ach, das war jetzt ein Rauch Die ich geworfen habe Verdammte Scheiße Verdammter Mies Äh, wo ist der Mörser? Der ist hier Muss auch mal wieder nach vorne Ja Da haben wir aber gewinnt Das war ja ein krasses Spiel 41 Minuten 56 Sekunden Also Wow, wow, wow Ein glorreicher Sieg, Genosse Ein glorreicher Sieg, Genosse Das ist nochmal was Eine Ansage Ja, dann gucken wir uns nochmal an Oha, was haben wir denn da alles bekommen? Äh, okay Warum auch immer wir die jetzt bekommen haben Wahrscheinlich war da irgendwas bugged war Ich weiß es nicht Die haben uns dann anscheinend noch gefehlt Ja, auf jeden Fall haben wir es geschafft Schauen wir uns nochmal die Punkteübersicht an Würde mich ja jetzt dann doch mal interessieren Na Das dauert jetzt aber Er kommt schon Jetzt So, dann gucken wir mal Ja Mhm Noob und so Ja, ja Ich verstehe es schon Ich verstehe es schon Aber wer hat er das geschrieben? Nice Noob Rittmann Mhm Mhm Rittmann, du bist echt ein Held Das ist 1000 Punkte weniger Gut, du hast ein bisschen mehr gekillt Weniger Verluste Das ist richtig Aber auch wesentlich weniger eingenommen Naja Nichtsdestotrotz Wir haben es auf jeden Fall geschafft Also von daher Toi toi Und ich würde mal sagen Schaut dann mal im nächsten Mal wieder rein Das heißt Companion of Heroes 2 Im Multiplayer Auf bald Und ich würde mal sagen